Berlin. DPA. Der YouTuber Riso hat ein weiteres Video veröffentlicht. Es trägt den Titel Zerstörung Teil 2. Klimakatastrophe. Darin wirft Riso etlichen Parteien und Politikern, vor allem von CDU und CSU, vor in Sachen Klimaschutz untätig zu sein. Wir werden in diesem Video sehen, dass die aktuelle Regierung, also CDU und SPD, nicht nur in ihren eigenen Zielen scheitert, sondern auch verfassungswidrige Gesetze beschließt und sogar Fortschritt aktiv verhindert, sagt er zu Beginn des Videos. Unter anderem kritisiert er die seiner Meinung nach Verstrickung von Politikern mit Energiekonzernen. Am Sonntagvormittag hatten das Video auf YouTube bereits knapp 800.000 Menschen gesehen. Der Mann. Mit dem markanten blauen Haarschopf war 2019 einem breiten Publikum bekannt geworden, als er mit dem Video Zerstörung der CDU Aufmerksamkeit erregt hatte, damals kurz vor der Europawahl. Vor zwei Wochen hatte er ein Video veröffentlicht mit dem Titel Zerstörung Teil 1. Inkompetenz an. Die Generation der über 50-Jährigen gerichtet sagte Riso. Wenn du Kinder hast, wenn du Enkel hast, dann willst du sie auch schützen. Natürlich willst du das. Aber das hilft alles nicht, solange du dafür wärst, dass man ja so weitermachen könnte wird. Irgendwie klappen. Nee wird es nicht. Auch einen dritten und letzten Teil kündigte Riso an. Urheberrecht dpa-info.com dpa 210.905 bis 99-9994 halbe